So, das haben Sie entschieden, wir haben welche Stücke gespielt, aber natürlich muss dabei die Gitarre noch mal stürmen, das war der eigentliche Gott. Ihr müsst ja auch noch stürmen, was haben wir gerade gespielt? Christopher Crosso, das ist ein Zerkant, Light, Light, Wind. Und wir hatten vier Ende, naja, das ist eine älter Nummer gewesen, stimmt. Ich liebe auch noch was bekanntes, die Nummer ist auch. Sag mal lieber vorher an. Also, wir haben es doch ein bisschen verändert. Tocci Corki von Toto. Wer kennt das? Ja, ja, hier.